So, wir freuen uns, dass ihr von der Woche eingeschaltet habt. Vielen Dank schon dafür. Ich würde uns auch freuen, wenn ihr sehr gut werdet und in dem Subscriber angeklicken würdet. Auch wir würden uns freuen, wenn ihr unsere WhatsApp-Nummer mal abgeschrieben würdet. Wir sind hier in Colorado, wir betecken uns hier schmuckige Hände. Schau mal hinten an uns, was für eine schmuckige Hände dort ist. Wir freuen uns, dass wir hier keine Taub-Hand-Fuhrer hier mal feine Hände betecken. Wir wollen, wie sehr wir feine Städte dort sind. Meine Freunde, ich ging hier ein bisschen mit dem Stich, wo wir endlich nicht so lange gehen sollen. Du hast eine Fels, wir sind mit der jeweiligen Gruppe. Und wir betecken uns dort hier mal alle. Es soll in der schmuckige Hände hängen. Meine Freunde, ich wollte hier ein bisschen rumgehen und ich dachte mir, dass Jund hier ein bisschen eine Anleitung geben, weil wir, dass die Hände so nicht hier. Vielleicht eine Wut-Halle haben und so weiter, wo wir in der Orgab-Desen-Videowese. Wir wünschen, dass die eine schmuckige Hände haben, um die Videos zu betecken. So, nicht betecken mal die fene Hände hier. So, dass die Schmuck will. Die Steiner, die da raufkommen, da hat übrigens noch Wurter da sein. In meiner frühen Ecke, wir haben hier bloß so eine Schmuck geteckt gehabt, hier ein bisschen über diese Steiner gehen. Manchmal ist es vernünftige Schauer anhand, wenn man hier was über die Steiner gehen. Die sind ein bisschen schaap. Wir reden hier kurz mit ein paar Menschen und ich habe da ein anderes Video gemacht und ich habe gesagt, dass ich uns nicht so auf Französisch spreche. Ich habe gesagt, dass ich nicht so auf Französisch spreche, das Plottisch spreche, das beste Sprachwort geöffnet habe. Wenn die Plottisch spreche, dann kann ich uns vernünftig verstehen. Bei meinen Frühen, ich sage da, dann sei wie so eine Städte aus dem. Das ist meistens die Gläufe, denn das ist noch nicht euer Gesanghaft. Wenn die auf der Säuferseite und die Leute hier anstecken, dann muss die Leute mal eine Meldung machen, dort sind die Leute an der Kornenseite, oder auf jeden Bogen, oder auf jeden Fall, wo ihr noch niemals von der Säufer hat. Das lohnt sich bloß so sehr gut, sind die Städte hier alle zu betecken. Wenn die an der Zeit auch sagen, da sind die Jungen, die nicht hochkommen, die gehen da ab der Kante da ab, da geht da ein bisschen glücklich rauf. Das ist sehr gefährlich, wenn du da ein bisschen zu bieten abgehst, da musst du einmal rutschen und da in die Hand kaufeln. So, wir sind hier in einer Städte, in einer Städte, in der Wachno Mohab, und da hast du eine Wüste, und da sind auch Säufernesteiner, denn wir gehen auch an der Wiese. Wir fuhren hier jetzt einen Borg rauf, wir fuhren verlangen diesen Borg rauf. Und unsere Reife, und unsere ganze Brickwirtschaft, die Bramse, die waren bloß so heute, als wir stellhören mit einem Trailer, da stungte bloß so sehr sänglich, oder so. Und deshalb, seit wir mit der Säufer abhause, damit wir nicht der Säufer im Schwung kommen, ich glaube, wir sind da 16 Kilometer, wo wir so schrotz den Borg rauf. Weißt du, wie hoch wir mit unserer Wäne gefahren wären? Er war drei Kilometer hoch, mit unserer Wäne so schrotz abgefahren, mit dem unteren hier rauf. Drei Kilometer ab dem Borg rauf. Und als wir da Borg wieder, da wie ein Schnee borg, da unten ist das, wie 40 Grad heute, und da Borg wieder, ich habe nicht gecheckt, aber das Schnee, der da ein bisschen abheuert, ich glaube, das wird da vielleicht 10 plus, oder 15. Und wir haben dann, so eine Schuhe, wobei ich da jetzt einen Wäne gefahren bin, und dann, als wir da von dem Borg rauf kommen, dann sagen wir, das ist ein Jägend hier. Dann sagt meine Frau, hier muss ich eine Stellhöhle, hier muss ich ein Schmuck im Video machen, und ein bisschen wiesen, wie das hier so ausgeladen wird. So, wir wollen vielleicht auch noch ein paar Wetterfalle sein, da wollen wir da rauf fahren, da seht ihr uns hier rauf zu sein, nach Wetterfalle, und wir würden da auch noch ein bisschen filmen, wenn wir da gerne. So, das möchte ich dort je, in der Bekirche dann, und mal mitmerken, auch so weit, als das zu sein. Das kostet ihnen gar sehr viel. Du brauchst du gar nicht, die in dir ein Ticket zu bekommen, sondern das ist das. Du nimmst bloß mal in den Korn, und fachst, und bekäckst dich mal. Gott ist eine Wunder. Und, wenn ich dort kann, mit Jundhub, diese, diese fene Videos machen, diese schmuckende Tür sein, und andere Menschen sein, wenn dich hier rumgehen, mit dich verteilen, das geht in mir vor zu sein. Wenn ich einen Freundin sage, dem red ich vor an, dem sage ich, du, von wo bist? Wo bist du? Von wo bist du? Von der Stadt. Und da habe ich kurz ein Gespräch mit den Menschen. Und da war die Frau, wo ich hör sie dann sage, ich dem, ja, wir sind meine Leute. Ob ich den Christen, wie du in den Gott folgst, wie du in die Programme bringst, wie du in die christliche Videos gemerkt hast, wie du in der Plot-Teacher auf Engelsch. Ich habe auch ein bisschen ein Video gemerkt, vorher. Und, nun rand ich hier noch einmal mit meinem Gopro, nun will ich ihn hier mit dem Gopro mit wiesen, weil wir dem Video gemerkt haben. Und das war ich hier bloß der Zwischenstelle, dann kann ich das fern sehen. Das ist das, das rand ich hier, wo wir eigentlich nicht alle gehen. Die sollen dann nicht da geblieben. Check die dort nochmal an. Seitdem, das ist dort ein Schmuck, dann kann ich hier, unter den ganzen Streit mal wiesen, wo ich ihn mal verlängern kann. Und dann kann ich hier, wie sie will, wie ich an seinen Steht aus den Fingern. Und das geht uns einmal sehr schön, auf seine Steine rammen an. Hier geht ein Mensch, die liegt ein Hecht. Und dann die Steine sind noch sehr schraub, man hat sie abholt, die kratzen das an die Beine. Und, wenn du hier selber kiebst, schau mal. Dort geht doch gleich rauf. Ob ich liegt, oder wie geht das dort rauf. Wenn du nicht abholt, einmal rutschen, du hast kein Höhlenmeier. dort geht, die liegt, dort geht etwas, die liegt im Groben, oder dort in dem Loch. Dort liegt ein, 3,400 Meter hoch. Wenn du nicht mit mir gewahrt, die hier abholt, die kann da nicht sein, wie das ist, oder wie das bis grün ist erstell. Hier kannst du mal, sagen, wie das mit dem GoPro, der hat ein bisschen gerätert, ähm, Fenster, und heute können dort, das alle gravieren. Aber die Qualität von dem GoPro, ist niemals ein Fan. So, ich dachte mir, das muss das nicht unbedingt gewiesen. Nun, mach ich aber sehr langsam gehen, dann kann ich nicht einmal rauf rutschen, da. Wir kicken da mal. diese Kante hier, die sind aber sehr schaub, die liegt da drauf. Da hinten sitzt noch Kiesa, da unten, da wohnen Menschen, und an der rechten Kante, da hat's, seine, die dann noch mit dem Macho, glaube ich, und da hinten, sind die Menschen, haben die Menschen dann geparkt. Die kostet der Autos, seine, die haben da hinten geparkt, ans Trailer kostet er seine, so kommen die Menschen, dann parken, so weit sollen die gehen, nicht wieder aus dort. Und die sagten, dann bitte wieder gehen hier. Sehr neu, ich war, drei, 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 haben wir hier ein Matchup gesat, und das ist plötzlich grüßig, so weit. Ich hatte nicht gedacht, dass es so weit wird, hier. Aber, wir sind hier Paraguay, ich sehe, dass die Wahnsinn steht. Und, hier sind wir hier mit seiner, nach einmal, der fern, seiner, der fern, der fern, der fern, wir sind alle gut da, nicht so? Ich habe immer von Gott reden, weil ich ein Video mache. immer, wo ich Gott erneut, wenn es, das geht an Gott, nicht an mich, denn ich habe diese Videos, das geht an, dass wir Gott loben und preisen, denn, wenn ich einmal wissen, hier. Wir sind alle Gott, die Ehe geben für alles, und ich habe das verreich, mit meinen Früthaube, Zinnenvideos für Ihnen zu machen. So, ich bete, ich bete, ich bete, dass ich Gott erneut verdanken, wenn es, wenn ich das nicht werde, dann wird Gott diese Orbeid in Ordnung geben. Und ich will, das hier in Deine verarmen. Und ich will ihm dafür bedanken, dass ich, mir diese Lehren hatte, sehr gut aus der Deine. So, von der auch, sind wir hier auf dem Weg, in Colorado. Wir sind nun auf dem Weg, nach der anderen Seite, wo die Wüste ist. Und da, da gibt es nicht viele Bäume, hier sind noch Nachschlag Bäume, wo ich hier ein bisschen am drehe, kann es ein bisschen sein, als Treller, der steht hier, dem habe ich also Föcke gesehen, da wird hier noch ein Eul geworden, zu sein. Aber, ich hoffe dort auch, was Schmuck seine Führung hat, oder auch die Kette. Vielen Dank, dass ich heute hier ein Video schickt, und ich hoffe dort auch, wer ich euch sehen, als für die so eine Schmucke gehen, das hier zu sein. Ich weiß dort, das ist ein bisschen Dach, aber wir können hier nicht bloß, nur dort warten, weil dort ein fernes Wader ist. Das ist das Beste, wo wir zu sein können, das ist ein bisschen Dach am Video. Und, ich wünsche immer, wir können Videos machen, wenn wir sagen, dann geht es weiter, oder geht es weiter, oder geht es weiter, oder geht es weiter. Aber, das ist ein Kloser, ich mache hier ein bisschen lang, und dann geht es weiter, zum nächsten Mal. Wie wünsche dir, in deiner Familie, noch einen schönen Tag, mit Jesus.